Nun, wir sind aufgeregt. Ich bin 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 aufgeregt. Jetzt aber auch war wir ja noch im Sauerland. So, die Superstadt-Klasse. Silber Bulle. Ja, ja, ja. Das ist ein Port. Oh ja. Die Sonne ist auf dem Weg Silver Bullet aus den Niederlanden Ja, ich bin nicht die bagasse Guitamante. Jummi, 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 Jummi! Auf der Hinterachse tanzen! Schwingt der Bucine Scharena! Oh, ich muss nicht erwarten! Feuer, Feuer, Feuer! Oh, mein Gott! Der Terminator ist hin! Der Terminator ist hin! 4 Tourmalade, 7000 und hier ohne 2000 mAh! Roadie! Was ist hier los in dieser Klasse? Auch der Diesel bleibt auf der Strecke, nachdem er richtig Fahrt aufgenommen hat! Wir können hier aus den Niederlanden! Jummi! Jummi, 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 Jummi! Jummi, 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 Jummi! Es ist der Wahnsinn! Es ist der Wahnsinn! Jummi! Ich hab ihn so lieb, den weißen Johnny, da ist er, Edwin, und da ist Incredible Deer, rechte Bahnseite, wo sind die Hände, linke Bahnseite, Incredible Deer. Ah, Junge, 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 der Silberbullet kommt noch einmal aus dem Niederlanding, Herr Hagen-Ressler auf den Flussburg immer, jetzt noch einmal, der Ford vor den Bremswagen. Aber erneuter Pullenabbruch vom Silberbullet, er kann sich hier nicht behaupten in diesem Feld. Komm, Esswein, no Silberlander, no Sluffen! Yummy, 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 yummy! Für die Bahn! Kann der zweite Diesel ins Finale reinfahren, das ist die große Frage. Auch der Fiat mit technischen Formen, hat ja sie alle in Grunde Boden gefahren. Musik 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 Das ist Wahnsinn. Junge, 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 Junge! Stop, 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 stop! Warte, stop! So, warte geht's! Oh, oh, oh! Finale! 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 Der erste Starter! Habt ihr noch Lust auf Traktor Pulling? Ja! Habt ihr Lust auf einen John Deere? Ja! Habt ihr Lust auf einen Deutz? Ja! Incredible Deere aus den Niederlanden ist der erste Starter! Seine Sonic Carpenter! So, Rogers! So! Oh! So. 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 95 Liter 14 für... ... und Warte mal wieder! Und... ... und wieder! Ja! 82! 78 war es das erste Mal, wo der Wrestling Traktor-Bullet gefahren ist. Mittlerweile der Junior Tom Esseling auf dem Traktor. Und die Fan-Fans drücken den Hurricane die Daumen! Der Gast aus Lachen! ... und der Feuerball-Tut! Junge, 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 Junge! Er bleibt bei 89 Liter 83! ... und der Feuerball-Tut! Der Feuerball-Tut! ... und der Feuerball-Tut! ... und der Feuerball-Tut! 85,67 Meter Er bleibt hinter Hurricane Er bleibt hinter Incredible Gear Er landet auf Platz Nr. 3 TV Revolution Platz TV Revolution Platz TV Revolution Platz TV Revolution Der Weiße Tandier gewinnt Der Weiße Das gehört in Edelwech Der Traktor, der auf dem Pokal drauf ist Gewinnt in Edelwech Er will jetzt die Tandierfans feiern Der Wahnsinn Der Achtung ist der Wahnsinn Maximum Riss standet bei 86,76 Und damit bleibt er